Sind Sie ein Illustrator? Ja. Da ist Schlamm an Ihrer Kleidung. Ein schwerer Bulle hat mich angegriffen. Oh! Ich biete Ihnen eine Anstellung an. Sie greifen das Wesen der Katzen auf. Vielleicht, weil Sie selbst etwas von einem Ausgestoßenen haben. Ich sorge auch für fünf hungrige, frühreife Schwestern, mit denen ich unter einem Dach lebe. Wir haben eine Gouvernante angestellt. Du bist der erste Mensch, der gesehen hat, dass Katzen albern sind. Ängstlich und mutig, wie wir. Miss Richardson hat einen positiven Einfluss auf diese Familie. Haben Sie etwas gemalt? Gibt es irgendwas zu lachen, Mr. Wayne? Nicht im geringsten. Louis-Wayne-Sonderbeilage! Da ist sie! Der Katzenmann. Katzenmann. Eine ganze Katzenwelt. Sie werden blau und kommunizieren mit uns in menschlicher Sprache. Sagten Sie, sie würden blau? Ja, gewiss. Wow. Was geht in deinem komischen kleinen Kopf vor? Elektrizität. Louis, ich mache mir Sorgen um dich. Ich fühle... ...Elektrizität. Mr. Wayne. Ich wurde hergerufen, da Ihre Schwester Caroline um ihre Gesundheit besorgt ist. Du hast es verschwendet mit elendigen Katzen für eine eigensinnige, dem Untergang geweihte, befleckte Romanze. Wie sie es geschafft haben, diese Bilder zu zaubern, von solcher Freude, und das in so dunkler Zeit, ist mir ein Rätsel. Denk einfach daran, wie schwer die Dinge auch werden, wie sehr du auch das Gefühl haben wirst, dich abzumühen. Glaub mir, die Welt ist voller Schönheit. Du musst sie dir nur zu eigen machen, Louis. Und dann teile sie mit so vielen Menschen, wie du nur kannst. Du musst sie mit so vielen Menschen, wie du kannst, wie du kannst, wie du kannst, wie du kannst, wie du kannst.